Ah, spüren wir im Auro in das Ovarium. Ah, ich hasse es, dass alle YouTuber denken, sie können singen. Ja, das ist echt krassend. Was weiß ich, was kann ich... Alle bekanten deutschen YouTuber denken, sie können singen. Nö, eigentlich nicht. Der Russe hat grad durch mich durch den Gegner erschossen. What, Waldo? Ich muss mir mal an das Setups steigen. Der Russe in Style halt, was zählt schon der eigene, Mann? Wie heißt der Typ, der ähm... Nö, eigentlich. Der Gegner von dem heißt Sportacus? Läuft! Sportacus. Nein, Sportacus. Der heißt Sportacus, du Idiot. Doch, eigentlich fast. Achso, du meinst ja, wie der sagt, wie der heißt. Ne, ist nicht Sportacus. Ne, Sportacus ist der Held. Okay, das ist der Held, wie der heißt der Gegner? Achso, Wiesel! Wiesel, Wiesel! Wiesel, Wiesel, Wiesel. Nein, der verkauft wird! Der heißt Daniel. Umweltfertig Wiesel! Dies ist, ähm... Piece of cake to make a pretty cake! Okay, das Game ist ein hadest Dump! Und ne, da, 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 da! Ah, bitte lass mich hier herw. Alter, ich höre mir das jetzt mal... die original Version damit ich Kernzeit bekomme ja der wurde auch einmal kurz auf Volt Nova gepusht ich bin high und ich loll loll hast du noch mal gefahren äh links ist einer der ist schon wieder zweimal gehittert also da hat irgendwie ich denke Ali wird das ganze passiert verzogen das war er nicht verzogen ja oh ich habe 430 Kits auf meiner Dugel weil da habe ich die 444 Schnapszahlen oh das ist nicht los ich habe einen noch ich bin high und ich rolle what mein P mein P und ich rolle dich ich bin low ich bin low und ich rolle dich und ich rolle dich chines weil es ist ein denn ich rolle mit meinem Besten denn ich rolle mit meinem Besten denn ich rolle mit meinem Besten Aber ich fliege gut. Ich bin die Elektrik, das ist cool. Ich nicht. Ich bin die Maul. Jetzt sieh. Power. Ich hab ein Raffe gerechnet mit einem Juan-Dig. Der hat aber bei dir auch geholfen. Ich hab sechs nachfacht. Der Strecke drauf. Ja, ja. Wälder, kommt jemand? Ja, Wälder. Wälder, komm her. Komm her, bitte. Da ist der Hunde, wie er weg ist. Der Hunde ist... Wälder. Der Hunde. Aua. Was ist das? Das ist weg. Das ist weg. Der hat wahrscheinlich seine Musik-Bot. Der hat die 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 Musik-Bot. Ich kann irgendwie keine andere Identität aus. Sorry. Wie gesagt, das ist das. Der hat die Musik-Bot. Ja, wenn ich zwei Teams-Bot. Gleichzeitig die Musik-Bot. Die Musik-Bot. Die Musik-Bot. Die Musik-Bot. Die Musik-Bot. Was ist das? Der steht um die Ecke einfach. Der steht um die Ecke einfach. Der ist ein Zeits. Der ist Helm-Bot. Der ist Helm-Bot. Niggas, easy. One versus three. Hä? Von denen? Oh! Ich weiß nicht. Die sind zwei Arten stehen. Kalle. Kalle, Winn. Das ist die Batterie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wird nicht passiert. Ich hoffe, du hast auf Check 6 gewartet. Ich weiß nicht. 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 Die witte. Die witte. Wer kann die Witze auffitten. Da haben wir schon alles wieder rein geholt. Natürlich. Die nächste Wette. Die hol alles. Der verdoppelt jetzt. Ich will das nie wieder einbeifeln. Meine Wette. E.Z. Ich liebe die F***ing Arbeit, ich liebe die F***ing Arbeit. B.S.: K.M.A.N! B.S.: K.M.A.N! B.S.: Hör mich zu kurz, aber ich hab' nur, ich hab' auch mal gespielt. B.S.: K.M.A.N! B.S.: K.M.A.N! B.S.: K.M.A.N! B.S.: K.M.A.N! B.S.: K.M.A.N. B.S.: K.M.A.N! Das ist die, die aussieht wie eine Deagle, oder? Ja. Ja. Sechze und acht. Easy, easy match. Easy match, we quit. Was ist die Money? Be quiet. Splint. Okay, ich hab jetzt die Bestes. Ich hab mal eine super Nova gesetzt. Noch was? Auf den Quitter. Äh, quittest du da mal? Es geht nur die Bestes. Geh mir nur die Bestes. Du weißt, das ist alles was ich gewinne. Ja. Genau. Ich werd die wieder zu wetten verwetten. Wetten wir Tom. Wetten wir. Das war nice. Ja, wetten wir. Wetten wir, dass ich die verwettete Wette wette. Zur Wette verwetten werde. Ja. Und dann werd ich braun. Aber nur wenn du wettest. Hä? Weil ich eh nachhangs. Weißt du warum wir wetten? Weil wir Gs sind. Ich hab keine Money mehr. Warum ich schieße? Weil ich ein G bin. Nö eigentlich nicht. Wo ist Calvin? 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 Nee. Er lebt in Argentinien. Aus Landschaftsgarten. Ach man. Nachkampf Dude. Muss ich wieder immer ins Storage machen? Oh Mauli. Dieser Moment endet mir einfach einer im gleichen Raum wie du. Oh shit. Also das ist halt echt so ein richtiger Dude. Okay. Betting Dude. Okay. Nein! 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 Eigentlich hab ich mir das mal gesagt. Ich finde aber das ist ja nicht so gut. Was meinst du eigentlich? Nö eigentlich. Aber heute ertrag ich dich. Nö eigentlich. Nö eigentlich. Niklas der von mir liegt daran. Und sonst tut mir leid. Tut mir leid. Nö eigentlich nicht. Nichts. Kenny. Tut mir leid. Ich bin nicht dran und da ist drauf. Na halt. Fack. Mal. Mal. Hab ich mir zu Courten eine dauerhafte Schicksal auf den Gegner zugerannt. Was? We just want to combat nach Kampf. Jetzt ist noch ein wenig. Ja. Natürlich. Ich bin von dem Mothafucker. 4 Minuten noch Oh Thomas, das ist so geil, wie du mich gibst Ja, das ist echt geil Das war bis zu hoch, wenn ich mich da hochschupe, dass wir damit überhaupt nicht gerecht werden Warum kennst du das Spiel? Warum kennst du das Spiel? Es ist ein fantastisches Meister Aber wenn? Nee Nö, eigentlich nicht Da geht an, dass man total wahren kann, kein Meister Das ist nur mit Zeif zusammen Und dann kriegst du die Frauen Als 5-Som lädt sie ein Alle 5 und am Ende ist es ein Dota-Tournament Dann spielen die Frauen einfach Dota Und du stehst eben dran als Manager Und es ist einfach die Größe für 80 Das ist halt wirklich das ganze Game zu machen Und die Frauen nicht nur zu kontrollen Dann merken sie doch mal mehr Ich bin schon Ich bin schon Nein Wer hat es denn nicht getötet? Eine war mindestens 3, äh C Wow Wolle Als du smokest die ganze Zeit da Bitte nicht, bitte nicht Nichts Nichts Was ist das denn hier? Wir durchkontakt kommen Wir durchkontakt kommen Wir durchkontakt kommen Timo weiß was richtig geil ist Timo weiß was richtig geil ist Timo Oh Ach fuck ich kann ja einfach Sniper nehmen Ähh Zu Vario Wenn du keine Muni mehr hast Ich hab die ganze Zeit AKM gespielt Ohne Muni Und bin einfach die ganze Zeit Nahkampf drauf Ja Ich hab wirklich? Ja ich glaub ich hab 4 oder 5 Gegner im Nahkampf einfach gekillt Jetzt 3 oder 4 Minuten Ach das auch So ein richtiges Drops im Moment Ey das ist extra cool Ich hab schon Ja ich hab ja Kassel Ist ey Mitte mit der steckt der Bär nein fk und der glaube ich da bin boah der hat so kassiert der Kerl der mit der da ist tja ab und runter jetzt werde ich nicht voller Stecken voller Sticker wärs noch viel gefallen ja wir haben es gut aber warum du auch nicht diegel kannst da ist da ist da ist da ist da ist da ist da da ist 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 und da ist da ist da ist